T-Shape Mehrere Handstücke für Körper- und Gesichtspflege Innovatives Design Farb-Touchscreen mit voreingestellten Parametern für sichere, konstante, zuverlässige und wirkungsvolle Ergebnisse T-Shape Drei unterschiedliche Technologien, die gleichzeitig agieren LLLT Laserbehandlung zur Bekämpfung von Fettpolstern Mehrpolige Hochfrequenz zur Verbesserung der Gewebeelastizität Vakuummassage für eine tiefe Lymphdrainage ROLL-Handstück für den Körper Mehrpoliges Handstück für den Körper und das Gesicht Thermisches Handstück für das Gesicht Das ROLL-Handstück dient der Neuformung des Körpers und der Verbesserung von Zellulite Die behandelbaren Bereiche sind Rücken, Bauch und Oberschenkel Das motorisierte ROLL-Handstück ermöglicht eine präzise Kalibrierung sowohl der Laserenergie als auch der Mehrpoligen Hochfrequenz an den Punkten, an denen eine maximale Wirkung erzielt werden kann Vakuumaspiration Das Vakuum hebt, faltet und komprimiert die Haut, um die lokale Durchblutung zu fördern und die Lymphdrainage zu stimulieren Es erleichtert die Tätigkeit der Fibroblasten, fördert die Durchblutung und dient der Verbreitung von Sauerstoff Mehrpoliges Handstück für den Körper und das Gesicht Von kleinen Verbesserungen in den Problemzonen bis zu größeren Veränderungen am gesamten Körper Das große Mehrpolige Handstück dient dazu, die Bereiche des Rückens, des Bauchs und der Oberschenkel zu behandeln Das mittelgroße Handstück ist für die Arme, die Waden und den Hals geeignet Das kleine Handstück eignet sich für die Augenkonturen, die Lippen und die Nasenlippenfurche Das große Mehrpolige Handstück wird für die Verschlankung des Körpers und die Muskelentspannung eingesetzt Die Kombination von Mehrpoliger Hochfrequenz und LLLT-Laser erzeugt im Bindegewebe einschließlich dem fibrösen Septum Eine intensive Wärmeentwicklung, die eine gesteigerte Kollagenablagerung begünstigt und so zu einer beträchtlichen lokalen Verringerung des Hautvolumens und von Hautschlaffheit führt Die gleichzeitige Vakuum-Aspirationsfunktion sorgt für eine unmittelbare Verbesserung der Durchblutung und der Lymphdrainage die beide für die Verbesserung der Körperform wichtig sind Thermisches Handstück für das Gesicht T-Shape ist bequem, effektiv und nicht invasiv Erhöhte Leitfähigkeit für thermische Energie zur Verkürzung der Behandlungszeiten dank der keramikbeschichteten bipolaren Endstücke Ergonomisches Design, um auch sensible und schwer erreichbare Bereiche abzudecken, wie die Bereiche um Mund und Augen Anti-Aging für das Gesicht und Festigung der Haut Reduktion des Umfangs Verbesserung von Cellulite T-Shape hat die notwendige Leistung und Flexibilität, um fast jeden Kunden mit messbaren, unmittelbaren und dauerhaften Ergebnissen zu behandeln Vielseitigkeit bei der Behandlung von unterschiedlichen hartnäckigen Fettbereichen und Atomie Einfache, schnelle und bequeme Behandlungen, hohe Zufriedenheit bei den Kunden Man kann sich gut fühlen und mit T-Shape ist es dazu noch angenehm Behandlung von Cellulite